Hallo und herzlich willkommen zur Plauderei am Donnerstag. Was es dann mit diesem Roboter auf sich hat, werde ich etwas später erzählen. In diesem Zusammenhang muss ich gleich auch noch etwas über diese Akkus meckern. Ich habe mich da wirklich sehr geärgert. Beginnen möchte ich aber mit einem ganz anderen Thema. Oft möchte man seine Schaltungen in Form eines Schemas dokumentieren. Es muss aber nicht immer ein Schaltplan nach allen Regeln der Kunst sein, insbesondere wenn man nicht plant, eine Printplatte herstellen zu lassen. Es gibt im Internet eine Vielzahl von Diensten, die genau dieses anbieten. Man muss dazu nichts installieren, das läuft normalerweise in einem Browser. Oft stehen hinter diesen Angeboten Printplattenhersteller oder Bauteile Lieferanten. Die Dienste sind aber normalerweise auch ohne einen Kauf nutzbar. So einen Dienst möchte ich euch heute vorstellen. Er erlaubt es, euch auf einfache Art und Weise eure Schaltung zu dokumentieren. DigiKey stellt uns hier ein sehr einfaches Tool zur Verfügung. Ich bin hier auf der deutschen Seite von DigiKey. Hier können wir unter Ressourcen, da finden wir das Tool, Skimit Entwicklertool. Das können wir jetzt verwenden, ohne dass wir uns anmelden. Wir müssen also nicht registriert sein. Das hat allerdings den Nachteil, dass man seine Designs nicht abspeichern kann. Man kann sie zwar exportieren, als PDF oder als Bild, aber es ist nicht möglich später daran weiterzuarbeiten. Wenn man das möchte, muss man sich registrieren. Dann hat man die Möglichkeit, seine Entwürfe in der Cloud abzuspeichern. Immerhin kann man wählen, ob diese Entwürfe für andere sichtbar sind oder nicht. Man muss sich einfach im Klaren sein. Gegenüber DigiKey sind sie immer offengelegt. Also man sollte nicht seine grösseren Erfindungen hier preisgeben. Ich bin jetzt hier angemeldet, in einem registrierten Account. Jetzt versuchen wir einmal eine kleine Schaltung aufzubauen. Auf der einen Seite ist das wirklich sehr einfach. Auf der anderen Seite ist es manchmal etwas eine Sucherei, wenn man ein bestimmtes Symbol haben muss. Wir haben hier eine Suche, aber da muss man den Begriff schon recht genau wissen. Es geht beinahe einfacher, wenn man gezielt mit den entsprechenden Punkten sein Symbol sucht. Beginnen wir mit einem Arduino. Da kommt das erste Problem. Einen Arduino gibt es eigentlich nicht in den Schemas. Also hier unter diesen Symbolen finden wir keinen. Aber hier bei den Herstellern haben wir hier unten Sparkfun. Und die haben hier einige Arduino-Module. Und das hier eignet sich recht gut. Ich ziehe das einfach hier hinauf. Ich kann jetzt das mit R noch rotieren. Jetzt haben wir die Darstellung, wie wir sie kennen. Hier mit den digitalen Pins, da mit den analogen Pins. Jetzt möchte ich zwei LEDs ansteuern. Die eine sollte in der Helligkeit gesteuert werden. Und die andere soll über einen Taster ein- und ausgeschaltet werden. Da verlasse ich hier jetzt diesen Teil wieder. Und gehe auf die Symbole. Mal schauen, was wir hier brauchen. Wir brauchen eine LED. Das ist unter Optoelektronik. Können wir gleich diese nehmen. Dann unter Passiv. Haben wir einen Widerstand. Wir brauchen noch einen Potentiometer. Man findet also auch hier die europäischen Symbole. Jetzt brauchen wir noch einen Taster. Und das finden wir hier unter Switches. Ja, ich kann zum Beispiel das nehmen. Wie gesagt, wir machen ja nur eine Skizze. Und nicht unbedingt ein perfektes Schema. Jetzt müssen wir das etwas anordnen. Ich kann das hier einmal verschieben. Mit R kann ich rotieren. Oder ich kann auch mit der rechten Maustaste. Da findet man die entsprechenden Abkürzungen. Und kann das auch hier auswählen. Wir sehen hier Rotate. Das R. Horizontal Flip und Vertical Flip. Das sind so die wichtigsten. Wir haben hier noch Copy-Paste. Ich bin jetzt auf einem Mac. Deswegen habe ich das Command-C und Command-V. Ich denke, auf Windows wäre das Control-C und Control-V. Also, ich rotiere das. Ja, nehmen wir das so. Wir haben ja noch eine LED, die wir da ansteuern möchten. Ich nehme die mal. Setze die neben den Schalter. Rotiere sie ebenfalls. Jawohl. Dann haben wir noch eine zweite LED. Hier kann ich Copy-Paste verwenden. Also hier Copy-Paste. Dann habe ich hier eine zweite LED. Das ist dann die LED, die angesteuert wird über das Potentiometer. Jetzt brauchen diese LEDs Vorwiderstände. Auch von dieser mache ich eine Kopie. Und hier habe ich das Potentiometer. Das Potentiometer verbinde ich mit A0. Das ist sehr einfach, wenn ich hier auf einen Punkt komme, der verbunden werden kann. Bekomme ich dieses Quadrat. Einmal linke Maustaste. Dann kann ich ihn überziehen bis zum nächsten Verbindungspunkt. Nochmals linke Maustaste. Und die Verbindung ist gemacht. Das kann ich hier ebenso verwenden. Ich sage jetzt, diese LED ist die, die vom Taster gesteuert wird. Ich kann hier also von einem digitalen Pin ausgehen. Diese Ecke hier, die muss ich markieren. Wenn ich direkt hier gehe, dann wird das nicht sehr schön aussehen. Also ich drücke hier mit der linken Maustaste. Und dann nochmals hier. Und diese LED, die wird in der Heiligkeit gesteuert. Braucht also einen PWM-Pin. Da gehe ich jetzt von der neuen aus. Hier auch in der Ecke wieder einen Klick. Und dann hier nach unten. Hier brauchen wir auch noch eine Verbindung. Hier auch. Jetzt müssen wir mit dem Taster auf einen digitalen Eingang. Daher kann ich hier gleich die 2 nehmen. Jetzt ist das doch schon recht schön verbunden. Jetzt gehe ich hier das Potentiometer. Das kommt an 5 Volt und an Ground. Also 5 Volt. Jetzt ist es immer gut, wenn man eine Grundlinie hat. Also mit Ground. Kann ich jetzt zum Beispiel hier beginnen. Ich gehe hier etwas nach unten. Gehe hier hinüber. Diese sind auch alle mit Ground verbunden. Jetzt kann ich das hier auch noch verbinden. Hier haben wir ja den Ground, der vom Arduino kommt. Zum Beispiel so. Man beachte hier, wenn hier solche Kreuzungspunkte sind. Wenn hier ein Punkt ist, dann ist das verbunden. Bei solchen Kreuzungen ohne diesen Punkt sind die Leitungen nicht verbunden. Das wäre jetzt also die Schaltung. Jetzt sollten wir aber noch wissen, wie gross die Werte sind. Das kann ich hier ganz einfach machen. Ich wähle das an. Dann haben wir hier die Eigenschaften. Da kann ich zum Beispiel bei Value 470 reinschreiben für 470 Ohm. Das wird erst sichtbar, wenn ich das Feld verlasse. Und hier dasselbe. Jawohl, da wäre eigentlich schon beinahe alles klar. Wir haben noch das Potentiometer. Das sind zum Beispiel 10 Kilo. Da wir nachher mit diesem Schema nichts machen wollen. Wir wollen es bestenfalls ausdrucken. Das soll unsere Referenz sein, was wir verdrahtet haben. Damit wir es einfacher haben beim Schreiben des Programmes. Jetzt könnte man vielleicht noch eine Angabe machen, welche Leit gesteuert wird durch diesen Taster. Man hat noch zusätzliche Felder, die man hier benutzen kann. Also zum Beispiel dieses Value, das ist unbenutzt. Steuerteil 1 kann ich hier hineinschreiben. Das lässt sich dann auch verschieben. Und hier könnte ich noch hineinschreiben, Steuerteil 2. Hier haben wir einen Wert, den kann man nicht verwenden. Aber ich kann zum Beispiel die Part-Name verwenden. Ich muss das hier hinten anklicken, damit es sichtbar wird. Jawohl, das kann man jetzt auch noch etwas verschieben. Jetzt ist das eigentlich vollständig dokumentiert. Wir haben unsere Referenz und können danach die Schaltung aufbauen. Und das nachher auch programmieren. Jetzt habe ich die Möglichkeiten mit Save As das zu speichern. Hier kann ich einen Projektnamen eingeben. Dann wird das in der Cloud gespeichert. Wie gesagt, das geht nur, wenn man angemeldet ist. Der Export. Da kann ich sagen, ich kann das in KeyCat exportieren und dann dort weiter bearbeiten und ein vollständiges Platinen-Layout machen. Ich kann es aber auch als Bild oder als PDF ausgeben. Wenn ich das jetzt als PDF ausgebe, wird er nach dem Namen gefragt. Ich speichere das jetzt auf dem Bildschirm. Okay, schauen wir uns das einmal an. Das wurde jetzt gespeichert. Ich kann das einmal aufrufen. Das ist dieses test1.pdf. Und das ist das Resultat. Mit dem lässt sich ganz gut arbeiten. Das war schnell gemacht. Das läuft überall. Man muss nichts herunterladen. Man muss nichts installieren. Allerdings eignet sich das wirklich nur für schnelle Notizen. Wenn man ein richtiges Schema machen möchte oder allenfalls vielleicht später sogar eine Platine, würde ich dringend empfehlen, ein richtiges Tool zu verwenden, wie zum Beispiel KeyCat. Bevor wir zum Roboter kommen, noch einige kleine Hinweise in eigener Sache. Ich wurde in letzter Zeit einige Male angefragt, ob man mich irgendwie unterstützen kann. Ja, selbstverständlich kann man. Das ist sogar sehr einfach. Die einfachste Unterstützung ist hier der Abonnieren-Knopf. Abonniert den Kanal. Wenn ihr jeweils informiert werden wollt, wenn ein neues Video erscheint, könnt ihr hier diese Glocke anklicken. Dann bekommt ihr von YouTube ein E-Mail, sobald ich ein neues Video veröffentliche. Im Video selbst gibt es ja die Möglichkeit, hier unten Kommentare zu schreiben. Nutzt das, auch das ist sehr hilfreich. Und dann selbstverständlich diesen Daumen nach oben, falls ihr das Video mögt. All das hilft mir, dass der Kanal wachsen kann, weil YouTube wird meine Videos mehr vorschlagen, wenn hier etwas läuft. Eine zusätzliche Motivation für mich ist selbstverständlich auch hier dieses Forum, wenn hier jemand Beiträge schreibt. Es hat doch schon einige Beiträge gegeben. Allzu viel läuft leider noch nicht. Aber ich denke, das braucht seine Zeit und das wird schon noch kommen. Und falls jemand mich finanziell unterstützen möchte, auch das habe ich eingerichtet. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn man hier auf mehr ansehen geht, findet man hier unten zwei Links. Das eine ist PayPal. Da kann man direkt via PayPal Geld überweisen. Das sieht dann einfach so aus. Man gibt einen Betrag ein und drückt weiter und dann geht das. Ihr müsst euch aber im Klaren sein, dass PayPal mir nicht nur den Betrag überweist, sondern auch eure E-Mail-Adresse. Wenn ihr das nicht möchtet, dann solltet ihr das nicht benutzen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Unterstützung über Patreon. Das ist eine regelmässige Unterstützung, die monatlich erfolgt. Das kann man ab einem Dollar pro Monat machen. Ich habe hier noch etwas Spezielles eingerichtet für grosszügige Unterstützer. Wer also 5 Dollar oder mehr pro Monat wendet, der bekommt die Möglichkeit, die Videos vorab zu sehen. Ich kann hier aber nichts versprechen. Manchmal wird ein Video eine Woche oder zwei Wochen früher fertig. Manchmal nur wenige Tage. Manchmal auch nur wenige Stunden. Ich möchte aber betonen, das ist absolut freiwillig. Also der Kanal ist nicht gefährdet, auch wenn niemand etwas spendet. Es hilft mir einfach, das vielleicht etwas besser zu finanzieren. Die Videos kosten nicht nur Zeit, sondern manchmal auch Geld. Aber wie gesagt, der Kanal ist nicht etwa gefährdet. Ich habe schon einige Spenden via PayPal bekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Spendern. Das gibt natürlich auch zusätzlich Motivation. Auf jeden Fall vielen Dank. Roboter-Bausätze sind ja in verschiedensten Varianten erhältlich. Das Problem ist nicht der eigentliche Aufbau, sondern die Programmierung. Normalerweise werden Beispiele zur Verfügung gestellt. Aber für unerfahrene Programmierer genügt das normalerweise nicht, dass sie später in der Lage sind, dem Roboter komplexes Verhalten beizubringen. Aus diesem Grund habe ich eine kleine Videoreihe geplant. Heute möchte ich aber euch diesen Roboter nur mal kurz vorstellen. Beim Roboter handelt es sich um ein Modell der Firma Key E-Studio. Eine chinesische Firma. Die liefern sehr viele Roboter-Modelle und andere Produkte. Also auch Starter-Kits für Arduino. Uns interessiert aber jetzt dieser Roboter. Und zwar geht es hier um das Smart Little Turtle Robot Car Kit. Und zwar die Version 2.0. Es gibt hier noch eine Version 1. Die hat kein Display. Ich fand hier diese 8x8 LED-Matrix noch ganz interessant. Mit knapp 60 Dollar ist er noch in einem vernünftigen Preisrahmen. Es ist wirklich alles dabei. Wir sehen hier etwa die Teile. Also es basiert auf einem Arduino Uno-kompatiblem Board. Der Roboter arbeitet mit zwei Motoren. Und erlaubt eine Fernsteuerung über Infrarot. Wir haben hier den entsprechenden Sensor. Und eine kleine Fernbedienung. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth-Modul beigelegt. Damit könnte man einen Roboter auch über ein Handy steuern. Key E-Studio hat ein Wiki, in dem alle Bausätze erklärt sind. Die Dokumentation ist also recht gut. Und da sie so viele Bausätze anbieten, ist dieses Wiki auch recht umfangreich. Man muss etwas suchen, bis man das findet, das man haben will. Also das ist hier unter der Kategorie Smart Car. Und hier finden wir diesen Roboter in der Version 2. Die Beschreibung ist detailliert. Da hat man auch ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis. Alle Teile sind hier aufgelistet. Man kann also sehr einfach kontrollieren, ob alles dabei ist. Dann kommt eine sehr detaillierte Aufbaubeschreibung. Was aber speziell interessant ist, sind nachher die Experimente. Die kommen weiter unten. Hier wird noch erklärt, wie man das in die Arduino-ID einbindet. Und dann werden die einzelnen Sensoren und Aktoren in kleinen Beispielprogrammen angesprochen. Ganz unten finden wir noch eine Reihe Links. Hier finden wir die entsprechende Software. Also die Bibliotheken, die verwendet werden. Die Beispielcodes. Ist alles vorhanden. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze grafisch zu programmieren. Das nennt sich hier Mixly. Darauf möchte ich aber weniger eingehen. Aber ich denke, wenn ihr das mit Kindern macht, dann ist das für sie wesentlich einfacher als mit der Programmiersprache C. So ausgerüstet war der Aufbau kein grosses Problem. Geliefert wird der Bausatz sauber verpackt. Sogar ein gedrucktes Handbuch ist dabei. Wie immer bei solchen Bausätzen empfiehlt es sich zuerst eine Auslegerordnung zu machen. Auf der einen Seite, damit man etwa weiss, was überhaupt geliefert wurde. Und damit man auch kontrollieren kann, ob alles vollständig ist. Das Ganze basiert auf einem Arduino Uno kompatiblen Board. Und zwar ist es echt kompatibel. Also wir haben hier auf der USB Seite denselben Atmel Chip, den auch der Arduino Uno verwendet. Wir müssen also keine exotischen Treiber irgendwo herladen. Ein zusätzliches Schild erlaubt ein einfaches Anschliessen der Sensoren und Aktoren. Hier sehen wir die Fernbedienung und das entsprechende Empfangsmodul für Infrarot. Ebenso steht ja dieses Bluetooth-Modul zur Verfügung. Und wie bei jedem Roboter die obligatorischen Augen. Also eigentlich ist das ja ein Ultraschall-Sensor, der Abstände messen kann. Visuell erinnert der Sensor immer an Augen und deshalb wird er sehr gerne bei solchen Robotern eingesetzt. Die 8x8 LED-Matrix ist interessant, auch von der Softwareseite her. Auch alle Kabel und sogar etwas Werkzeug ist dabei. Was sehr nett ist, dass alle Kabel mit Steckern versehen sind. Wir müssen also weder löten noch irgendwelche Drähte irgendwo einschrauben. Der Aufbau bot dann auch keine grossen Probleme. Ich möchte jetzt heute nur ein kleines Beispielprogramm zeigen. Das kann auch heruntergeladen werden und ist auch hier beschrieben. Wird einfach mit der Fernbedienung der Roboter etwas gesteuert, über Infrarot. Dabei wird auch die 8x8 LED-Matrix bedient. Man sieht hier sehr genau, was gemacht wird. Es ist nicht ganz so einfach, wie immer bei diesen Bausätzen. Es wird vorausgesetzt, dass man doch schon einige Zähkenntnisse hat und schon etwas Erfahrungen in der Programmierung des Artuinos. Aber keine Angst, ich werde das entsprechend auseinanderpflücken. Wir werden das Schritt für Schritt anschauen. Das Problem ist ja immer, dass hier einzelne Beispiele vorhanden sind. Und bei den komplexeren Beispielen hat man schon Kombinationen mit verschiedenen Sensoren. Aber das ist vielleicht nicht genau das, was man sucht. Man lernt ab nirgends, wie man selbst verschiedene Sensoren kombiniert in einem einzelnen Sketch. Die Idee bei diesem Roboter ist eigentlich, dass ich hier separate Videos machen möchte. Wir haben ja den Arduino-Kurs. Der Arduino-Kurs basiert auf einem normalen Starter-Kit. Und wir werden das dort auch so weitermachen. Im Moment haben wir ja Millis durchgenommen. Das wird in der nächsten Woche nochmals etwas vertieft. Obwohl wir noch nicht ganz mit den Grundlagen durch sind, habe ich gedacht, es wäre Zeit, einmal etwas zu machen, das Spass macht. Also es wird dann weitergehen mit Sensoren und Aktoren. Die werde ich im Kurs jeweils einzeln vorstellen, wie man sie programmiert. Aber damit man auch sieht, wie das in einem grösseren Zusammenhang funktioniert, werden zusätzliche Videos als Ergänzung mit diesem Roboter realisiert. Hier kannst du dann sehen, wie man das auch wirklich einsetzen kann. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass wir hier zwei verschiedene Batteriehalter haben. Wir können auf der einen Seite 4x1,5 Volt einsetzen. Auf der anderen Seite können wir zwei Akkus, das sind Lithium-Akkus, an 3,7 Volt einsetzen. Im Moment habe ich begonnen mit dem Batteriehalter für vier Zellen, da ich keine 3,7 Volt Akkus hatte. Die habe ich mir dann aber besorgt und dabei nicht so genau hingeschaut. Das war vielleicht nicht ganz optimal. Also auf diese Akkus muss ich noch kurz eingehen, weil da haben sich doch gewisse Probleme ergeben. Der Roboter kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Wir sehen hier den Sender. Das Ganze läuft über Infrarot. Wir können selbstverständlich vorwärts fahren, rückwärts. Es gibt auch Möglichkeiten zu drehen. Das ist der Vorteil dieser zwei Motorenkonstruktionen. Die sind sehr einfach anzusteuern. Wir müssen nur die Geschwindigkeit der beiden Motoren variieren. Es sind auch einige festprogrammierte Bewegungsmuster enthalten. Wie man so etwas selbst programmieren kann, werden wir in einem der späteren Videos anschauen. Wie schon erwähnt, soll der Roboter mit zwei Lithium-Zellen arbeiten. Zweimal 3,7 Volt. Also eine ideale Spannung. Also habe ich schnell mal im Internet solche Zellen bestellt. Zwei Tage später waren die da. Kein Problem. Der Preis war eigentlich gut. Doch ich hätte mich vielleicht besser vorgängig etwas besser informiert. Also das hier ist so eine Zelle. 4200 mAh, 3,7 Volt. Das klingt schon recht gut. Allerdings habe ich da mich etwas gewundert, weil 4200 mAh bei einer so kleinen Zelle, das wäre doch schon recht gut. Und ich frage mich, ob das zu einem solchen Preis gemacht werden kann. Die weitere Beschriftung auf diesem Akku, das hier ist nur Werbetext. Man kann damit nichts Vernünftiges anfangen. Mich hätte jetzt interessiert, wie schnell man diesen Akku laden kann. Ich habe keine Angabe. Also was macht man da? Man geht ins Internet und sucht, ob es einen Hersteller gibt, der vielleicht ein Datenblatt veröffentlicht hat oder sonst Informationen herausgibt. Und tatsächlich, es gibt einen Hersteller, der die Marke Ultrafire vertreibt. Nur wenn ich hier schaue, diesen Akku finde ich nicht. Ich habe hier zum Beispiel einen mit 3,7 Volt 2500 mAh. Wenn ich mir den näher anschaue, hier habe ich doch etwas genauere Informationen. Wenn wir hier schauen, 4,2 Volt Ladeschlussspannung, 2,75 Volt Entladeschlussspannung. Aber auch das sind etwas wenig Angaben. Aber das scheint mir doch realistischer zu sein. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass mein Akku nicht von dieser Firma stammt, sondern eine einfache Fälschung ist. Dann wollte ich mal wissen, wie das wirklich mit dieser Kapazität ist. Kann ich wirklich aus diesem Akku 4,2 Amperestunden beziehen? Ich möchte ihn ja mit meinem Roboter einsetzen. Also habe ich mal geschaut, was der Roboter für einen Stromverbrauch hat. Man sieht hier so in der Grössenordnung 150 mA bis 200 mA, je nachdem was man macht. Also denke ich, ich entlade einmal mit 200 mA und schaue, wie viel ich da rausbekomme. Also habe ich die elektronische Last genommen, 200 mA Laststrom eingestellt. Wir haben am Anfang 3,77 Volt. Das ist recht vernünftig für einen Akku, der unter Last steht. Auch nach einer Weile haben wir immer noch 3,69 Volt. Das sieht noch recht gut aus. Allerdings habe ich hier erst 164 mAh entnommen. Etwas später ist die Spannung noch etwas mehr gesunken. Wir haben 300 mAh entnommen. So langsam glaube ich nicht mehr, dass wir wirklich auf diese 4,2 Amper kommen. Ich möchte euch jetzt nicht mehr länger langweilen. Das Resultat am Schluss, 844 mAh. Also das ist nur etwas mehr als ein Fünftel der erwarteten Kapazität. Und so nehme ich an, dass meine Zelle hier nur eine schlechte Fälschung des originalen Akkus ist. Ich denke, auch die Originale sind nicht spezielle High-End-Akkus, aber wären vermutlich doch einiges besser. Naja, zur Not kann ich die verwenden. Es sind immerhin 800 mAh. Und wenn mein Roboter durchschnittlich 200 mAh braucht, bleibt da doch etwas Zeit zum Experimentieren. Aber ich denke, es lohnt sich schon hier Markenakkus zu kaufen. Ich weiss zum Beispiel, Samsung hat Akkus im Angebot in dieser Größe. Das gibt sicher auch diverse andere bekannte Marken. Naja, wegschmeissen muss ich es ja nicht gleich. Aber es ist doch sehr ärgerlich, wenn Spezifikationen wirklich überhaupt nicht eingehalten werden. Da kann auch der günstige Preis nicht helfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in der Praxis auswirkt. So, das war es wieder für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit dem Arduino-Kurs. Wir werden uns nochmals mit den Millis beschäftigen. Danach geht es dann weiter mit Sensoren und Aktoren. Und in einem Monat gibt es wieder eine Plauderei. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei sein könnt. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!